Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftip.de und dieses kurze Beispielvideo hier drehe ich mit dem neuen Sony Xperia 5 Mark IV. Ein sehr kompaktes High-End-Smartphone, was aber technisch quasi genauso gut ist wie das Schwestermodell, das Sony Xperia 1 Mark IV. Und ja, dieses Video hier drehe ich in 4K mit, aufgemerkt 120 Bildern pro Sekunde. Absoluter Wahnsinn. Allerdings, wenn ihr diesen Modus nutzen wollt und euch fragt, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist nicht mit der normalen Foto und Video App hier abrufbar oder einstellbar, sondern mit einem der beiden Cinema Pro Video Apps. Also es gibt zwei spezielle Video Apps hier und mit den beiden könnt ihr tatsächlich 4K Videos mit 120 pps drehen. Ja, das Xperia Phone hat zwei optische Bildstabilisatoren in der Hauptkamera. Ist also jetzt auch logischerweise aktiv und auch im Tele gibt es ein UIS. Es gibt auch den elektronischen Bildstabilisator, der allerdings funktioniert bei dieser mega hohen Auflösung dann leider doch nicht mehr. Aber trotzdem sollte dieses Video eigentlich recht ruhig sein. Ja, ich teste gerade das Sony Xperia 5 Mark IV. Ein wunderschönes Smartphone, sehr interessant, allerdings auch nicht ganz billig. Kostet über 1000 Euro zum Marktstart zumindest. Und falls ihr Interesse habt am Test des Sony Xperia 5 Mark IV, schaut bitte mal hier auf meinem YouTube Kanal. Da sollte dieses Video eigentlich schon online sein. Es grüßen euch Dietmar und sein Kater. ? ?